Identität meint die Einmaligkeit eines jeden Einzelnen. Die Kulturwissenschaft unterteilt Identitäten in drei Facetten. Die personelle Identität ist eng mit der äußeren Erscheinung eines Menschen verbunden. Verhalten, Landessprache sowie Geruch spielen eine wesentliche Rolle. An zweiter Stelle steht die soziale Identität. Hier markiert der Einzelne seine Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Die kulturelle Identität beschreibt die kulturell bedingte Lebensweise, zum Beispiel Essgewohnheiten, Mode und Feste.